Turbo. Dieser kleine Mann hier heißt Turbo, weil er ein sehr aufgewecktes Hundekind ist. Der ist circa zehn Monate alt, noch nicht kastriert und hat leider ein bisschen... Hey, schau mal her, du trinkst nicht zu viel. Hey, schau mal her, du kleiner Turbo. Ein ganz netter, lustiger, freundlicher Bub ist das. Der kann sogar lachen. Der kann sogar lachen. Ja, weißt du. Feines Bisschen. Ja, so weiß ich. Hopp. Verkürzt. 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 Ja, ja. 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 Verträglich mit allen, so verträglich, dass die Großen schon nicht mehr wissen, wohin mit dem. Guck, guck. Ich glaube, ich kriege den. Ja, da ist der kleine Vögelbögel. Ja, da ist der kleine Turbo, der nicht aufhört, die alten Hunde da zu bedrängen. Ja, da ist der kleine Vögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbögelbö